Hier unten bin ich. Die Blumen für Ihre Frau, Herr Prich. Ja, wunderschön. Sagen Sie mir, was liegt denn heute noch an? Die Angelegenheit. Freddy, Maja. Das hätte ich beinahe vergessen. Danke. Ich komme sofort. Ja, wir sehen uns später. Wir müssen. Alter Falter. So eine schaffe Sekretärin möchte ich später auch mal haben. Ja, wir sehen uns später.